Hallo zusammen, heute möchte ich euch meine Meinung sagen zu einem Körperpflegeset, was es bei dm gibt, und zwar in einem Geschenkbox. Momentan wird es angeboten in einer Lampe bei uns mit noch einem Produkt mehr als wie ich habe. Ich habe von Aldo Vandini Bodylotion Macadamia Vanille, ihr merkt, ich bin vom Vanilletrip noch nicht runter, und dazu das Bodypeeling, auch Macadamia Vanille. Das ist Aufbauflege für trockene Haut und ich habe das mal geschenkt bekommen, also ich kann euch jetzt leider nicht sagen, wie viel es kostet. Wenn ich es im Internet finde, sage ich es euch. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal benutzt und was soll ich sagen? Also, Bodypeeling ist ja ganz nett. Also, es riecht in Ordnung, riecht halt wenig nach Vanille, wie ich finde, mehr nach Macadamia, und das auch eher dezent irgendwie. Die Peelingkörmer sind mir ein bisschen zu grob. Also, das ist jetzt von einem Peelinggröße, sind die Körnchen jetzt nicht so prickelnd, aber der Geruch ist in Ordnung und es ist okay. Ein Nachteil hat das Ding. Wer also dazu neigt, sowas mit in die Dusche zu nehmen, auf die Ablage zu stellen, sich zu duschen und es danach mit rauszunehmen, der darf nicht so machen. Macht er so, läuft hier aus dem Deckel jede, jede Menge Wasser. Das ist beschissen. Wenn man es in der Dusche lässt und da auch bis zum Ende drin lässt, muss man nur einmal, das war der Hund, deswegen wackelt die Kamera, wenn man es in der Dusche lässt und nur am Ende, wenn man fertig ist, es wegschmeißt, muss man nur einmal aufpassen. Sobald man es umdreht, läuft mir hier das Wasser ohne Ende raus. Also, das ist ein bisschen blöd gemacht. Das ist aber auch ganz verständlich. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Das ist nicht dicht. Da läuft halt das Wasser rein und, ja, ist halt blöd. Ich habe es aus der Dusche genommen und erst mal mich vollgekleckert. Das fand ich so schön. Nun denn, kommen wir zur Body Lotion. Die Haut wird unheimlich schön weich. Das muss ich ja mal sagen. Sie lässt sich auch gut verteilen. Da gibt es auch nichts gegen zu meckern. Zieht, also es ist jetzt nicht die schnellste Creme, die einzig, die ich kenne, aber es braucht nicht lange. Also es ist vollkommen in Ordnung, der Geruch. Ich rieche irgendwie nicht wirklich Macadamia oder Vanille. Also, so ein ganz leichter Hauch, wie beim Body Peeling auch, ist nur so ein ganz leichter Hauch Macadamia. Das Vanille nehme ich nicht wahr. Also wer jetzt total auf Macadamia und Vanillegerüche abfährt und das Set kauft, der wird vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. Aber so ein dezenter Hauch, wer es nur dezent mag, der wird es wahrscheinlich lieben. Ja, ich bin ganz zufrieden mit. Es ist mal nichts so extremes nach meiner Vanilleroutine, die ich pur hatte, jetzt mal ein bisschen dezenter zu sein. So rein körperpflegetechnisch finde ich in Ordnung, passt schon. Und daher finde ich es okay. Ich werde es mir aber nicht nachkaufen, weil dafür finde ich es jetzt nicht toll genug. So viel von mir. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Vielen Dank.